Liebe Mitglieder der CDU, wir alle sind noch unter dem Eindruck des historisch schlechten Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl. Und doch will ich sagen, wir können stolz sein auf 16 Regierungsjahre, in denen wir Großes für Deutschland geleistet haben. Aber jetzt beginnt eine neue Ära. Wir sind in der Opposition und ich bin überzeugt, wir brauchen jetzt einen grundlegenden Neuanfang. Als Arzt kann ich sagen, je später die Heilung beginnt, desto schwieriger wird sie. Deshalb müssen wir jetzt einen inhaltlichen Erneuerungsprozess starten, aus dem klar hervorgeht, wofür die CDU steht, damit wir als Mitglieder wieder mit Stolz und Überzeugung von unserer Partei sprechen. Aber wir wollen Wahlen gewinnen. Und das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass unsere Freunde und Bekannte, die Töchter und Enkel diese Zustimmung zu unseren Inhalten teilen. Und gerade in einer solchen schwierigen Zeit, da erwarten die Menschen zwei Dinge von uns. Sicherheit und Chancen. Sicherheit bezüglich des Arbeitsplatzes. Sicherheit der Altersversorgung. Sicherheit vor Inflation. Chancen für Männer und Frauen. Chancen in Ost und West. Chancen für Stadt und Land. Ich wünsche mir, dass wir in der CDU zusammenarbeiten und unsere verschiedenen Strömungen harmonisch so aufeinander abstimmen, dass wir sagen können, wir sind eine Union. Und damit dieser inhaltliche Erneuerungsprozess gelingt, brauchen wir auch einen organisatorischen. Helmut Kohl hat die CDU zur Mitgliederpartei gemacht. Ich bin überzeugt, jetzt müssen wir zur Mitgliederbeteiligungspartei werden. Ich wünsche mir, dass in Zukunft die Mitglieder, die an bundespolitischen Themen Interessen haben, Chancen haben, ihre Meinung einzubringen. Und ich möchte, dass die vielen Aktiven, die wir haben, organisatorisch digital unterstützt werden, damit mehr Zeit bleibt für die politische Arbeit. Drittens wünschen sich die Mitglieder dringend einen anderen Stil auch auf der Führungsebene. Ich möchte mit einem kooperativen Führungsstil dafür arbeiten, dass für die CDU in Zukunft viele verschiedene Gesichter sichtbar werden, die die ganze Breite unserer Volkspartei repräsentieren und uns neue Zustimmung generieren. Dafür trete ich an und deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung bei der Mitgliederbefragung.